Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Final Station. Wir sind hier im Dunkeln angekommen. Ja, und wissen nicht, was uns erwartet. Hatte ich nicht Schrotzmunition eben gecraftet? Ich hätte schwören können. Hatte ich nicht eben Schrotzmunition gecraftet? Ich hatte gar keine mehr, oder? Jetzt habe ich zumindest zwei, und der hat er direkt nachgeladen. Okay. Hörger! Hallo? Rotes Licht. Mag das nicht? Jetzt ist auch noch im Dunkeln das Ganze. Josh, ich wollte dich warnen. Es gibt Gerüchte über eine Inspektion nächsten Monat. Ich hoffe, die Probleme mit der Lüftung sind gelöst. Ah, noch im Dunkeln. Pistolenmunition, Erzthilfe, Kassenessen. Hätte man doch den anderen retten können, ne? Schade eigentlich. Bestimmt wieder Kommentare. Hörger! Ah, du bist... Mutti? Bist du's? So. Brille, Draht. Oh, ich kann eine Toilette mitnehmen. Warte mal, dann mache ich hier erstmal auf. Shit, den kann ich nicht looten, ne? Dann loote ich erstmal rechts. Ah, okay. Okay. Eine Hose. Ich habe gerade mal die Hose ausgezogen. Schwierig. Nein, nicht wieder hoch. Runter. Irgendwie unsicher. Okay. Also wenn hier so ein Kasten schon ist, ne? Oh, Glück. Okay. Es geht echt gut mit dem K.O. Boxen. Hätte ich mal das früher gewusst, hätte ich noch viel mehr Munition sparen können. Henry, es gibt Informationen über eine Bahnhofsinspektion in zwei Wochen. Versuche bitte die Küche in einem Normalzustand zu versetzen. In einem Normalzustand, Henry. Ich glaube, ich gucke doch jetzt mal hier unten rein. Ach, verschlossen. Okay, dann hat sich das erledigt. Okay. Okay. Was ist das für ein Sound? Was ist das für ein Sound? Was wird uns erwarten? Wieso leuchten seine Augen? Was? Nein, ich muss nicht nach Metropol. Dann bleib sitzen. Haben wir das irgendwo so gesehen? War hier noch eine irgendeine Bodenklappe? Ne, gell? Es ging nur unten rein. Also ging es nicht rein, weil die Tür zu war. Ja, so hoch. Gucken wir erstmal nach oben, würde ich sagen. Ist hier eine Tür? Ah, da ist was. Dazu, ich verstehe, aber ich verdiene hier viel Geld. Du hörst mir nie zu. Ist wieder heim. Ich muss gehen. In einer Woche haben wir eine Inspektion. Hier gehen wir nochmal ins Hör. Sehr schön. Okay. Ich nehme mal Sicherheitshalber in den Stuhl mit. Okay, warte mal. Ich gehe erstmal nach unten. Vielleicht kann ich den Stuhl noch brauchen. Oh, ist das unheimlich hier. Ich will oben noch den Schrank mitnehmen. Aber ich will den Stuhl nicht verlieren. Wo geht es hier? Oho. Oh nein! Boah. Okay. Das war dumm. Hm. Soll ich mich töten lassen? Ah, shit. Voll die Energie verloren. Nur weil ich diesen scheiß Stuhl in die falsche Richtung geworfen habe. Ich alter Bewegungslegastheniker. Kleidung und Essen. Naja gut, immerhin nochmal Essen. Ach man, das war richtig... Könnt ihr mal weggehen? Geh mal. Ne, die bleiben jetzt in der Ecke hängen. Das ist doch dumm. Ja, das habe ich mir gedacht. Naja. Den Stuhl kannst du mit der rechten Maustaste abstellen. Kommt gerade als Hinweis. Das ist richtig gut zu wissen. Das ist richtig gut zu wissen. Oh. Okay. Das war dumm, dass ich das jetzt verschwendet habe, den Schuss, aber... Ach, da war ein Fass. Nein, Adrian. Da war ein Fass. Warte mal, habe ich jetzt das Ding gelootet? Ich glaube, jetzt habe ich den Schrank nicht gelootet, gell? Der hat davor abgespeichert. Ich kann den Stuhl mit der rechten Maustaste abstellen. Jetzt werde ich ja langsam zum The Final Station Profi hier. Na. Draht. Okay. Eine Leiche in der Zwischendecke. Was ist das für ein komischer Bahnhof? Okay. Okay, hätte ich wahrscheinlich das Ding auch zum explodieren bringen können. Okay, da scheint jemand zu sein. Vergiss nicht, ein Schloss an der Tür anzubringen. Ins Lager kommt man nur mit einem Passierschein. Oh. Äh. Äh. Zwei Monde? Krügelhype Ah, wer sitzt denn hier? Oh Gott! Bitte schnell! Ich hab zwei Monde gesehen! Oh, ich hasse ihn. Gib mir mal meine Pistole. Das musste leider sein. Die drei Schuss habe ich echt gerne verschwendet. Wenn man davon reden kann. Lumpen! Lisa, ich wurde entlassen. Bei der Inspektion wurden 54 Verstöße festgestellt. Ich werde nicht auf die offiziellen Entlassungspapiere warten. Ich fahre mit dem ersten Zug von hier. Sollen sie sich doch alle zum Teufel scheren! Okay, wir haben auch den entsprechenden Code zum Weiterfahren. Okay. Jetzt sind wir hier am... Kann ich noch irgendwas tun? Moment mal, ich gehe noch mal ganz kurz durch. Ganz kurz mal. Ich habe nämlich, glaube ich, irgendwas übersehen. Hier. Da ist noch was. Ah, ein Schlüssel. Habe ich denn... War da irgendwie eine Tür noch zu? Die hier, oder? Ja. Das hat sich aber gelohnt für den Schlüssel. Er bleibt da. Alles klar. Nee, cool. Dann haben wir alles. Dann haben wir alles. Okay. Here we go. Super. 4, 8, 9, 8. Hä? Wir haben immer noch einen Schlüssel über? Wir hatten zwei Schlüssel? Hm. Na gut. So, wir müssen jetzt schnell dem einen was zu essen geben. Und wir... Es ist dumm, dass wir den... Dass ich den einen verrecken habe lassen. Liebe Zuschauer, die jetzt die letzte Folge gesehen haben, haben mir das hart angeschrien. Tut mir leid. So. Achso, der blutet ja noch so ganz langsam vor sich hin. Der hat auch Hunger. Uh, der hat aber echt Hunger. Kann ich das wieder zurückpacken? So. Hier korrigieren wir mal. Wunderbar. Wunderbar. So, wie lange farmen wir denn? Das ist wahrscheinlich jetzt die finale Station. Da hätte ich den einen doch wunderbar leben lassen können. Oh. Dann mal schrotzen Munition. Naja, das war's. Aber wir haben ja 32. Das läuft jetzt richtig gut. Seit ich die Leute verkloppe und nicht mehr erschieße, ähm... Kann man da nicht meckern. Okay, der müsste, glaube ich, gleich mal korrigiert werden hier. Gucken wir nochmal nach dem Strom. So. Medipack. Schade. Schade, schade, schade. Naja, gut. War vielleicht doch ein bisschen unüberlegt, ihn, ähm... sterben zu lassen. Aber... So kriegt man Kommentare. Auf YouTube-Videos. Hab ich nicht genügend. So, komm, hier. So. Erste Hilfe. Ne, ich dachte einfach, dass ich nicht genügend für mich selber habe. Du weißt ja nicht, was für Missionen auf einen warten. Und da ich mich mal nicht ein bisschen anstelle... Das ist übrigens auch die Station, wo wir anhalten, glaube ich. Hier ist zumindest so ein Zipfel nach draußen. Sind wir gleich da. Da sind wir. Es könnte sein, dass es die finale Station ist. Ich bin sehr gespannt. Okay. Ist er nicht. Schon wieder im Dunkeln. Ich mag das nicht. Warum kommt hier nichts? Ich hab Angst. Hallo. Hallo. Oh, oh. Wir kommen. Oh, nein. Wir gehen jetzt dazu. Wir gehen jetzt dazu. Es ist dunkel. Alleine. Mache mich. Mache keine Horrorspiele. Geh weg. Je mehr verschont wird, desto mehr können wir verwenden. Oh Mann. Verstehen Sie ganz gut. Das verstehen Sie nicht ganz gut. Was? What? What? Oh, hallo. Ich habe ja gesagt, dass wir uns bald wiedersehen. Wie ist er dort hingekommen? What? Wer seid ihr? Dieser Ort ist? Das ist wegen des Zuges. Davon habe ich gesprochen. Möchtest du etwas trinken? Ich habe noch etwas. Ein bisschen. Zug? Er trägt den Kristall. Warum nehmen wir ihn nicht jetzt? Das geht jetzt nicht. Es ist noch zu früh. Hallo. Ich stehe im selben Raum. Ach ja. Du bist im Dienst. Das hatte ich vergessen. Was? Was? Clever. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Na gut. Das ändert nichts, Zugführer. Ah, Mann. Ich denke, wir sollten zur Sache zurückkommen. Ja, natürlich. Was? 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 Was war denn das für eine Truppe? Ich mag nicht wieder im Dunkeln zurück. Ich mag nicht im Dunkeln zurück. Hab ich das gehört? Hat irgendwas gekn... Was läuft doch hinter mir? Kannst du es schaffen. 9669. Oh Gott. Schnell hier weg. Was war denn das? Was war das? Nein, noch nicht. Wie noch nicht? Habt ihr das vor? Komisch. So. Oh, aber richtig Hunger. Nein. Schnell da hin. Schnell da hin. Schnell da hin. Zack. So. Wie blutest du aus? Du bist bei der Hälfte. Okay. Das müssen wir untersuchen. Da hinten das Ding. Ich glaube, der Weg war jetzt nicht ganz so weit. Ich nehme mal meine Verbandskasten. Wir warten jetzt einfach. Wir kommen ja sowieso irgendwann an. Okay, wir warten jetzt einfach. Oh, was ist denn das im Hintergrund? Was ist denn das? Was ist das für ein Sound? Was ist das für ein Sound? Alter, was geht hier ab? Nicht beachten. Nicht umdrehen. Der Essen, Essen, Essen. Er geht alles noch. Er blutet wieder. Ja gut, aber da hat er jetzt noch ein Stückchen, bis er ausgeblutet ist. Wie weit fahren wir eigentlich? Okay, sind gleich da. Da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Dann ist das bestimmt... Oder hier ist es, die finale Station. Das war, glaube ich, immer an Kreuzungen, diese Endpunkte. Naja, ob ich den dann durchgebracht hätte? Okay, ein bisschen... Oh, da ist der gleich richtig Hunger. Der Erste gleich richtig Hunger. Da müssen wir... Da müssen wir... Da sind wir. Und raus. Ich hätte vielleicht noch mal craften können, ne? Habe ich schon gecraftet? Oh, ich habe es, glaube ich, durchgecraftet. Ah, schon wieder eine dunkle Station. Hallo? Sorry, ich bin alle... Ne, ist es noch nicht. Ich würde sagen, ein wunderbarer Cliffhanger. Bis zur nächsten Folge von The Final Station. Macht's gut, bis dann. Tschüss, es ist dunkel, es ist dunkel.